vielleicht hast du als webseitenbetreiber schon mal den spruch gehört du musst nützliche inhalte auf deiner webseite publizieren das ist der richtige tipp aber was sind eigentlich diese nützlichen inhalte gibt es dort kriterien wie musst du das aufbauen was musst du dafür tun genau diesen fragen widmen wir uns in unserer heutigen podcast folge ich finde dieser spruch du musst nützliche inhalte bieten der ist in etwa so wie man im kind sagt verbrenn dich nicht also da ist eigentlich überhaupt kein richtiger inhalt dahinter und man weiß gar nicht was ist denn jetzt ein nützlicher inhalt lass uns mal da jetzt wirklich reingehen simona aus deiner sicht was sagst du was ist ein nützlicher inhalt eigentlich kann man die frage ganz einfach beantworten für welche webseiten setzt du dir lesezeichen in deinem browser also welche webseiten speicherst du ab damit du gegebenenfalls zu einem späteren zeitpunkt noch mal zugreifen kannst und wenn du dir diese frage zu deiner eigenen seite stellst würdest du dir diese seite als lesezeichen abspeichern dann finde ich ist das schon mal eine gute kennzahl ob dieser inhalt wertvoll ist hilfreich und qualitativ hochwertig oder nicht so habe ich das noch gar nicht gesehen aber ja du hast recht also ich würde mir natürlich jeden jede seite meiner eigenen webseite abspeichern aber es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu genau also was zeichnet so einen guten inhalt aus ja ich denke ganz wichtig ist dass in diesen inhalten neuartige erkenntnisse sind unser netz ist ja voll von content wir lesen wiederholungen wir lesen fakten die schon eigentlich bekannt sind und das was ja immer begeistert ist ja wenn wir etwas neues erfahren natürlich muss das dann auch wieder verifiziert sein also wenn dann diese diese neuartigen erkenntnisse die dort ja publiziert werden dann auch vielleicht auch wieder ein verweis auf eine externe quelle haben dass ich das halt verifizieren kann dass da nicht irgendjemand was behauptet sondern wirklich ich nachprüfen kann dass das ja glaubwürdig ist das ist für mich ein hochwertiger inhalt also kommt es darauf an bereits bestehende texte nicht zu kopieren oder umzuschreiben vielleicht noch mit hilfe von ki und dann zu veröffentlichen sondern wirklich auch aus der eigenen erfahrung ja analysen aufzubereiten use cases aufzuzeigen dass wieder vielleicht mit grafiken und kleinen berichten oder tabellen spicken und so ersteht ein inhalt der wirklich auch der zielgruppe etwas wertvolles gibt ich finde dass an so einer stelle sehr sehr wichtig ist dass man grafische sachen auch einbindet oder auch audios oder auch videos denn es gibt ja menschen die sich eher auf das lesen von texten konzentrieren was gibt eben auch menschen die vielleicht sagen hey wenn ich den ganzen inhalt in einer tabelle oder in einem infografik aufbereitet habe kann ich es viel besser verarbeiten es gibt natürlich auch menschen die sagen ich gehe jetzt joggen ich möchte mir den inhalt als audio anhören ich nehme mir das einfach mit und verarbeite das wenn ich den kopf frei habe und so muss man eben glaube ich auch versuchen für verschiedene für verschiedene zielgruppen die unterschiedliche medien benutzen auch für die verschiedene sachen anzubieten ich glaube das ist auch sehr wichtig also halt mal schon mal fest nicht nur der inhalt an sich ist wichtig sondern auch das format wie du den inhalt veröffentlicht und wenn man dann aus aus seosicht guckt also aus sichtbarkeitssicht dann ja google scrollt zum einen ja einfach textinhalte das ist klar aber auch die anderen inhalte videos audios da gibt es ja auch suchmaschinen für also speziell am tube von google wo das auch veröffentlicht werden kann und wenn ich infografiken und bilder habe dann kann ich natürlich auch die entsprechenden text hinterlegen dass google auch das auslesen kann also die verschiedenen formate kann man natürlich auch für die suchmaschine entsprechend aufbereiten was dann eben auch wichtig ist so dass dieser wertvolle inhalt auch gefunden wird ja auf der einen seite für verschiedene wie gesagt verschiedene zielgruppen und medien und gleichzeitig auch in verschiedenen quellen dann gefunden wird also youtube oder eben auch das ganze thema podcast das ist natürlich alles mega wichtig was können wir denn simone noch sagen zu dem ganzen thema der überschriften also permalink überschrift was sagst du dazu also die sollten erst mal eine gute struktur haben also ich brauche schon mal so ein auch so ein keyword auch wenn wir ein bisschen weggehen von diesen ganz ganz starren keywords und mehr zu themen aber irgendeinen begriff brauche ich ja den ich auch im permalink hinterlege beziehungsweise auch in der überschrift und die überschrift sollte natürlich nicht zu übertrieben sein so diese teaser überschriften wie wir sie aus social media kennen ich denke gerade wenn man seriösen und fachlichen inhalt veröffentlicht wenn man sich ja als experte darstellen möchte dann sollten die überschriften auch ja in meinen augen seriös und fachlich sein kommt natürlich immer auf das thema drauf an aber wenn ich in die guideline von von google gucke dann erwähnt er das explizit dass dass er das so wertet dass das nicht zu marktschreierisch ist so überschrift wie was aus social media kennen ja ja ich glaube das ist auch wirklich wichtig weil wenn mich die überschrift schon anschreit dann lese ich meistens den text auch nicht unbedingt weiter und er gibt dem text auch nicht unbedingt eine höhere reputation das muss man ganz ja ich muss zugeben ich lasse mich manchmal gerne anschreien von überschriften klicke dann auch und dann und dann ist der inhalt aber minderwertig und das verärgert mich dann dann bin ich dann natürlich auch wieder weg und denke ja hinterlässt dann keinen guten eindruck bei mir also das sollte schon konsistent sein genau also wenn der lack dann ab ist ist aber auch die webseite durch ja zumindest bei mir und wenn da kein inhalt drin ist und die luft raus ist dann habe ich auch keine lust mehr überhaupt auf die webseite zu gehen oder mich mit denjenigen dann zu unterhalten klar was ich immer noch ganz charmant finde also aus user sicht jetzt also wenn ich auf eine webseite gehe und finde dort fragen die mich tatsächlich ja zu dem thema bewegen manchmal sind das sehr einfache fragen dass einfach ein begriff erklärt wird den ich jetzt vielleicht nicht in diesem kontext sehen also was ist ja also die sogenannten w fragen ja ich finde dass die auch sehr wichtig sind um den leser wirklich abzuholen und auch zu signalisieren aha ich verstehe an welchem punkt du stehst und welche fragen du hast also w fragen sind sind extrem wichtig um gute inhalte zu erstellen da ist natürlich muss man gucken da ist die suchintention eben die information also der leser will sich informieren er will jetzt nicht unbedingt was kaufen sondern sich informieren und da sind w fragen natürlich also w fragen das sind ja alle fragen die mit wer wie was wieso weshalb warum wann wozu das sind die fragen die wir da als w fragen zusammenfassen klar das sind dann diese informationsthematiken die mich aber persönlich halt sehr ansprechen aus user sicht um dann eben weiter in die tiefe zu gehen wenn ich schon gut abgeholt werde genau und stichwort in die tiefe gehen das den experten den experten raushängen lassen in den inhalten wir hatten ja in der letzten folge unser eat kriterium näher besprochen also dass die wirklich auch in die tiefe gehen die inhalte das ist wichtig und natürlich auch mit erfahrung mit eigener erfahrung gespickt sind also nicht nur irgendwo abgeschrieben geht heutzutage auch immer einfacher mit hilfe von ki sondern wirklich eigene erfahrungsberichte mit reinbringen dass es wirklich auch glaubwürdig ist dass man ja experte auf dem gebiet ist ja also das ist glaube ich das a und o und wird auch je mehr ki halt ins business rein kommt desto mehr wird der persönliche faktor ja wichtig werden und entscheidend werden da bin ich völlig von überzeugt genau absolut dann finde ich weiter noch wichtig auch zu schreiben wer hat überhaupt den inhalt erstellt oh ja wann wann wurde er erstellt wann wurde er aktualisiert dieser inhalt manchmal sind dann auch noch angaben zur lesezeit ich persönlich finde es immer ganz nützlich dass ich weiß worauf muss ich mich einstellen also ich finde auch diese informationen ja sind bieten einen sogenannten mehrwert die sind ja meistens oben am beitrag oder so in kleiner schrift dargestellt aber wer sie wissen möchte für den ist es wertvoll ja und sie sind auch sie sind auch nicht verkehrt also wenn ich halt einen artikel lese der von 20 17 ist und sich mit seo beschäftigt dann weiß ich okay was 20 17 suchmaschinenoptimierung war das ist heute völlig überholt das heißt diesen artikel brauche ich überhaupt nicht anfangen zu lesen ja und wenn der artikel aktualisiert worden ist und eben das auch oben drin steht aktualisierung und es hat sich viel geändert ich gebe dir das update dann weiß ich da spricht jemand der hat das schon mal geschrieben der hat sich damit beschäftigt der hat jetzt ein update gefahren und hat eben auch also weiß worüber er spricht ne deshalb die updates finde ich wichtig auch wenn die wenn das datum dann halt da steht bei der lesezeitangabe ja also da bin ich persönlich jetzt nicht so angetriggert weil ich die texte ja überfliege bleibt bei den überschriften hängen scanne das ganze schnell durch und brauche in der regel weniger zeit als dort drin steht und wenn es mich interessiert ist mir dann auch die zeit etwas ist mir die auch egal aber gut das ist halt mein ich glaube du liest andere texte als als ich ich habe jetzt letztens über server seitiges tracking mich eingelesen das ging über eine halbe stunde oder 40 minuten okay ja das meinte ich das hatte ich gerade im kopf gut bei den sachen wenn es um um kai geht und kai anwendungen dann habe ich entweder sogar tatsächlich fachbücher also richtig papier weil dann kann ich mir eine notiz noch machen oder aber dann geht es halt in youtube und da kann ich ja dann die geschwindigkeit so einstellen wie ich das brauche aber ja okay jeder jetzt jeder nutzer ist ja auch ein bisschen anders das macht ja auch unsere arbeit so spannend dass wir das herausfinden welche texte welche texte oder welche inhalte sind nützlich für welche leute das ist ja das eigentlich spannende und deshalb was an ja die nutzerfreundlichkeit welche inhalte für welche leute ich will ja nämlich ein ganz großes augenmerk auch noch mal auf die lesbarkeit und auch barrierefreiheit legen dass die schrift auch mit genügend kontrast geschrieben ist also eine hellgraue schrift auf weißem grund ist aus designtechnischen aspekten vielleicht ganz schick aber es kann keiner lesen also da ist für mich wichtig wirklich dass dann ausreichend großer kontrast ist zumal es ja auch viele sehr schwache menschen gibt die das dann sehr schlecht sehen können oder mit rot grün schwächer da sollte man eben wirklich berücksichtigen dass ja der text auch an sich barrierefreiheit mit dem größten kontrast dargestellt ist nützlicher inhalt muss eben auch konsumiert werden können es nützt nichts der beste inhalt wenn du ihn einfach nicht lesen kannst oder einfach nicht findest auf der website aber das ist ja schon wieder dann das das nächste große thema wie finde ich was ux simone ist ja auch ein riesenthema es wird auch in der zukunft auf uns zukommen das ganze thema barrierefreiheit da sind ja auch so ein paar sachen in arbeit aber gut da sind wir jetzt schon wieder aus dem aus unserem thema nützliche inhalte raus das können wir beim nächsten mal noch mal machen ja es gehört aber mit dazu auf jeden fall auf jeden fall das medium des inhaltes ist wichtig also sprache text video infografiken bilder analysen forschungsberichte dann die glaubwürdigkeit also wirklich wer hat den text erstellt auf welche quellen wird bezug genommen wie vertrauenswürdig ist der text und nachvollziehbar zum zu verifizieren dieses inhalts genau und die barrierefreiheit die lesbarkeit ja und ich hätte noch die überschriften thematik also nicht zu marktschreierisch durchaus auch eine zusammenfassung des textes und in dem text eben auch die wehfragen und die eigene erfahrung mit einbringen das sind glaube ich dann die punkte mal kurz zusammengefasst genau ja wunderbar jetzt haben wir eine to do liste in diesem sinne verabschiede ich mich für die heutige woche und freue mich auf das nächste mal und sage tschüss und ich freue mich natürlich auch auf die nächste woche und sage für heute tschüss und auf wiedersehen so w Untertitelung des ZDF, 2020